Wo warst du, Fräulein? Deine Mutter und ich haben uns Sorgen gemacht. Beziehungsstatus. Es ist kompliziert. Ich sehe wirklich keinerlei Grund, wieso das kompliziert werden sollte. Dad? Nein, ich hab was mit deinem Vater. Ich kämpfe um dich, Dad! Was? Mutter sagt immer, willst du über einen Kerl hinwegkommen, musst du unter einem, hinter einem und vor einem anderen kommen. Will & Grace. Die neue Staffel in Doppelfolgen. Gleich pro 7. Die neue Staffel in Doppelfolgen.